Stil und Style, der perfekte Auftritt. In unserem Seminar werden Sie von mir eine ausführliche Farbberatung erhalten. Anhand von Analyse-Tüchern wird erhoben, welche Basisfarben und Akzentfarben zu Ihnen passen. Tauchen wir gemeinsam in die Welt der Farben und deren Wirkungen ein und optimieren wir so Ihre Ausstrahlung. In der folgenden Stilberatung geht es vorwiegend darum, gemeinsam Ihren individuellen Stil zu stärken und zu finden. Ich möchte Ihnen im Workshop Stilberatung nicht die aktuellsten Trends in der Mode näher bringen. Wichtig ist mir dabei vor allem, dass Sie sich kostengünstig, passend zu Ihrem Charakter, zur Situation und zur eigenen Präsentation stylen können. Werden Sie zur Marke und prägen Sie Ihren eigenen Look. Ihre Lebensweise und Ernährung beeinflussen das gesunde Haarwachstum von innen. Der Rest kommt natürlich von uns. Schönes, glänzendes und gepflegtes Haar für mehr Persönlichkeit, Anerkennung und Schönheit. Ein Ergebnis, welches Sie in Zusammenarbeit mit uns ganz leicht erreichen werden. Der perfekte Auftritt. Nach einer genauen Hautanalyse und nach einer Beratung, welcher Hauttyp Sie sind, werde ich mit Ihnen die einzelnen Schminkschritte besprechen und diese mit Ihnen gemeinsam ausführen. Phänomenal, wie ein wenig Make-up Ihre Stärken hervorheben kann. Anhand von praktischen Beispielen analysiere ich mit Ihnen genau, was Sie beim Schminken beachten sollten. Welche Augenfarbe? Welche Gesichtsform habe ich? Zu welchem Anlass schminke ich mich? Trage ich Kontaktlinsen oder eine Brille? Will ich ein Tagesmake-up oder ein Abendmake-up? Werde ich fotografiert? Welches Statement signalisiert ein roter Lippenstift? Ihr Gesicht wird erstrahl und das Beste, Sie werden sich sofort wohlfühlen. Mit leicht anwendbaren Tipps und Tricks unterstütze ich Sie gerne, wenn Sie nicht so geübt sind. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch alle Produkte, mit denen gearbeitet wird, auch auf Bestellung. In unseren Workshops werden Sie von professionellen, hochkarätigen Fotografen begleitet. Zum Abschluss unseres erfolgreichen Workshops erhalten alle Teilnehmer vorher-nachher Fotos. So können Sie sofort sehen, wie fantastisch Sie sich verändert haben. Unterstreichen Sie Ihre Vorzüge, um sich richtig präsentieren zu können. Tipps, Tricks, Kniffe und Feinheiten vom Profi. Stil und Style – der perfekte Auftritt!